und da sind wir wieder mit der nächsten mission machen jetzt die mission schwache wende dafür müsst ihr auf dem planeten aktiver reisen und zwar befindet sich die mission hier oben ist glaube ich ein eingeschränkter zugang ich habe jetzt hier eine einstiegsmöglichkeit hier unten gefunden genau wie sagt einfach den weg also hier einstieg wählen mit dem gleiter hier hochfahren hier anhalten dann seht ihr hier eine brücke und mit r3 können wir hochklettern wie gesagt ich hoffe dass es der richtige weg ist aber es scheint so ja wir könnten hier auch kleider fahren oder was ich laufe jetzt einfach mal ich denke wir müssen hier hochklettern auf jeden fall also ihr hättet wahrscheinlich mit dem gleiter fahren können das wäre ein stück schneller gewesen hier gibt es auch eine neue schatz position kletter doch bitte hoch also das ist in dem spiel wirklich schon schwierig dass die beim rand springen manche gelöst ist die frau ok das ist hier oben oder hier ok was wir sehen jetzt von der map genau sind wir oben beim symbol also wie sagt die unten einsteigen hochklettern hier hochlaufen und dann kann es gleich los gehen wir beschmeinen das kriege ich hin oh ich muss das schloss noch was mitnehmen ja ich liebe es also ich weiß ja nicht ihr könnt ja mal reinschreiben in den kommentaren ob ihr das direkt immer auf anhieb alles hinbekommt weiter so so power modul wichtig ist dass ihr das modul habt so ihr könnt ihr dann in den kriege ich keine ausrüstungen beim blaster benötigt ihr power und hier als power modul na das benötigt ihr sonst könnt ihr die mission nicht machen und dafür könnt ihr den schuss aufladen also schwache wende und dann kommen wir direkt rein so und warum ist hier alles drin versteckt noch weiterlaufen nein ok war das jetzt die mission also wenn ja ok ich muss kurz schauen das muss hier drin sein eigentlich schwache wende ok meine freunde wenn ihr das video gefallen hat und geholfen hat könnt ihr uns gerne kommentieren liken abonnieren würden wir uns sehr freuen und wir sehen uns in den nächsten videos bis dahin ab jetzt